Komm schon! Warum geht's denn nicht los hier? Let's go! Hey Leute, was geht? Keinemalsspielberabstumgames und Leute, willkommen zu einem neuen Roblox Gameplay und willkommen in einem neuen Wasserpark. Das ist der Wildwater Kingdom Robloxia Waterpark. Ja, mal gucken, was uns alles hier erwartet. Und wir sind ziemlich schnell unterwegs. Es ist ein riesen Wasserpark. Na ja, mal gucken, ob wir auch heute alles sehen werden. Ich denke aber schon, wir werden uns das Ding hier heute nochmal schön anschauen. Aber wir haben eigentlich keine Badeklamotten. Kann man sich hier keine Badeklamotten oder so holen? Nein, danke. Brauche ich jetzt nicht. Na egal, wir gehen jetzt erstmal hier rein. Hier kann man jetzt so nicht schwimmen. Hier gibt es zumindest erstmal eine Chill Area, wo wir uns ein bisschen hinsetzen können mit Freunden oder so. Hier sind auch ein paar in der Lobby. Also hier können wir ein bisschen entspannen, was essen. Das fehlt hier aber, ein bisschen was zu essen. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Und dann haben wir hier zum Beispiel so eine schöne, ich nenne es mal Karusselldusche. Na? Hier kann man so schön ein bisschen... Das macht mal richtig Spaß. Das werden wir davon ein bisschen, glaube ich. Es gibt hier auch eine Vulkanrutsche, glaube ich. Die werden wir uns gleich mal gönnen. Ich würde als erstes mal hier drauf und da ist auch schon jemand. Hallo, grüß dich! So, es heißt auch am Anfang, wir sollen jetzt nicht unbedingt die Rutschen hochklettern. Also an den Rutschen entlang, sondern wir sollen die Treppe nehmen. Und das machen wir auch. Wir sind ja hier relativ schnell unterwegs. Deswegen habe ich damit gar kein Problem. Leute, wart ihr schon mal im Wasserpark bestimmt, oder? So, wie sieht es jetzt hier aus? Okay. Ja, okay. Das wäre erster. Kann man natürlich mit mehreren Leuten machen. Sollen wir als nächstes... Weißt du, was ich als nächstes direkt hier auf diese Vulkanrutsche, was das auch sein soll? Komm, direkt das Beste am Anfang hier. Ach, guck mal, hier kann man sich was zu essen holen. Lavaflow. Okay. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Guckt euch mal diese Vulkan an. Ist das so eine Faltio-Rutsche? Ja, das ist eine Faltio-Rutsche. Ich hoffe, ich kann die alleine machen. Ein bisschen blöd, wenn ich das jetzt nicht hinbekomme. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Och, Mensch. Wie geht das denn los? Hallo. Hier ist aber nichts zum Betätigen. Das stört mich ein bisschen. Oder müssen wir uns hier hinsetzen? Nee, siehst du, das geht irgendwie nicht. Oder brauchen wir dafür zwei Leute? Kommt schon. Warum geht es ja nicht los hier? Also eben ging es so schön, aber jetzt irgendwie nicht so. Na, egal. Also hier mit der Vulkan-Rutsche klappt es doch nicht so ganz. Dann können wir da eigentlich drauf. Ich glaube nicht. Toll, warum klappt das denn hier nicht? Verstehe es nicht. Also die Faltio-Rutsche hier mit dem Vulkan klappt noch nicht so gut. Dafür brauchen wir zwei. Das heißt, wir gehen da hinten mal hin. Hier hin. Gucken, was uns da so erwartet. Was hast du denn hier? Quick on an item to bite. Nein, danke. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Ja, keine Ahnung. Das ist irgendwie gecancelt. Freefall. Ja, cool. Yo, wir gehen mal hoch. Ich finde es gut, dass hier alles so im Sprint ist. Ja, der Wasserpark ist doch ziemlich riesig. So. Let's go! Ja, das ist mal richtig Freefall. So, dann gehen wir noch mal weiter. Wenn wir diese Rutsche da hinten mit. Oh, guck mal, hier ist auch zum ersten Mal ein Pool sehe ich hier wirklich. Ja, endlich. Oh, ein tiefer, tiefer Schwimmbad. Das ist auch richtig schnell, muss ich sagen. Okay, gehen wir wieder raus. Gehen wir jetzt mal hier hoch. Wir wollen hier rutschen. Das ist Big Kahuna. Okay, ich hoffe. Obwohl, ich glaube, wir können auch. Genau. Komm schon. Yes! Lego! Oh, oh. Nein, ne? Wie kommen wir jetzt hier nicht weiter? Wie? Hallo? Dein Ernst? Jetzt schmieren wir hier. Jetzt schmieren wir hier tatsächlich ab. Oh, toll. Dann müssen wir doch auf die Halfpipe jetzt. Also hier hat es nicht so gut geklappt, muss ich sagen. Deswegen gehen wir doch jetzt mal hier kurz auf die Halfpipe. Aber da oben ist jemand. Sollen wir mal helfen? Versuch mal zu helfen. Hier bei der Vulkanrutsche. Nein, komm, komm, komm mit. Wir machen das. Achso, man kann hier auch schwimmen, sehe ich gerade am Vulkan entlang. Yo! Aber ich komme da nicht. Warte. Los, komm, 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 komm. Wir machen das zu zweit. Hier sind noch welche. Komm. Hilf mir. Hier. Er kommt jetzt hier nicht lang. Warte, muss ich hier irgendwie warte? Letztens war das hier auch irgendwo ein Knopf. Aber ich sehe hier keinen Finger. Sonst wird das hier jetzt so ein Zeigefinger. Na gut, okay. Ja, komm. Ja, nee, tut mir leid. Die Rutsche ist buggy, funktioniert nicht. I'm very sorry. Deswegen geht es jetzt zur Halfpipe. Also hier ist zwar die Rutsche, aber das klappt nicht so ganz. Sorry, deswegen. Ist sie vielleicht gesperrt? Hm, egal. Wir gehen jetzt mal zur Halfpipe. Gucken, was da so anliegt. Guck, hier sieht es eigentlich auch. Boah, das ist ja ein richtiger Spielplatz hier. Haben wir aber gar nicht gesehen. Okay. Brauchen wir einmal das. Und das. Und dann geht es hier runter. Ja. Ich hoffe, ich schaffe es diesmal hier wenigstens bis... Jawohl, endlich. Oh oh, ich ertrige, ich ertrige. Will ich aber nicht. Na egal. Dann nehmen wir die hier hinten mit. Ist das überhaupt eine Rutsche? Ich glaube, da wird was gebaut. Ja. Gut, deswegen gehen wir mal hier hinten. Und wir könnten uns jetzt noch was zu essen gönnen. Brauchen wir aber nicht. Wir gehen jetzt erstmal in Richtung Wasserspielplatz. Ja, hier ist es natürlich für die Kids. Warum aber eigentlich? Nicht nur für die Kids, ich will ja auch ein bisschen spielen. Guckt euch mal diesen Spielplatz hier an. Und hier kann man so schön schwimmen. Okay, ist es das Babybecken, glaube ich. Weil die Rutsche da ist auch ein bisschen kleiner. Wobei, diese Rutsche sieht eigentlich ziemlich cool aus. Die nehme ich jetzt mal mit. Komm, wir können hier durch. Hier ist nochmal so eine Dusche. Oh, guck mal, hier können wir. Oh, let's go! Boing. Ich finde es aber cool. Aber ich finde es gar nicht so schlecht. Alles so ziemlich schnell, muss ich sagen. Also es wäre gut, wenn man das selber noch mal ein bisschen steuern könnte. Das wäre vielleicht hier bei Help. Ne, egal. Wir machen weiter. Wir gehen nochmal auf die obere Rutsche da. Wir gehen, glaube ich, hier nochmal. Ne, wir müssen den anderen Weg. Jetzt, glaube ich, hier lang. Da würde ich gerne in diesen Wasserpark gehen. Also ich auf jeden Fall. Achso, das ist die Rutsche. Okay. Da haben wir noch ein bisschen was zum Chillen. Da haben wir noch eine Rutsche. Aber ich glaube, doch. Da haben wir auch noch eine Rutsche. Da gehen wir jetzt auch mal hin. Wir haben nirgends wohl eine Schlange. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ach, guck mal, da kann man... Ah, da muss ich gleich auch noch hin. Hier ist ja auch noch ganz viel. Ich nehme jetzt nochmal diese Rutsche hier mit. Ja, warte, komm, ich helfe dir. Bitteschön. Warte, jetzt. Ja, siehst du? Ich habe geholfen. Ja, aber die sieht jetzt ehrlich gesagt nicht so... Ja, wobei doch... Komm, hilf mir. Dankeschön. Danke. Let's go. Okay, ja, doch, war cool. War cool. Dankeschön. Jetzt muss ich aber weiter. Okay, der will anscheinend mit uns chillen. Kein Problem. Gibt es noch so einen Indoor-Bereich. Drop of the Doom. Ich will jetzt aber hier erstmal ein bisschen schwimmen nochmal. Was steht hier? White Waste Volcano. Oh, ich finde, das sieht hier richtig cool aus. Ich kann mal ein bisschen schwimmen. Können wir hier denn in den Vulkan rein? Nö. Ein paar Bälle. Ich finde es cool. Ich nehme jetzt mal die Rutschen da. Die sehen eigentlich ganz cool aus. Es gibt auf jeden Fall was zu essen. Am Anfang dachten wir, hier gibt es erstmal nichts zu essen. Aber, falsch gedacht. Planguels. Planguels. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ziehen wir uns mal rein. Welchen nehmen wir denn als erstes? Ach, ist das wieder hier mit diesen... Ich glaube, kannst du mir helfen? Dann helfe ich dir auch gleich. Achso, nee. Wir brauchen hier gar nicht. Yo. Du kannst hier einfach runterrutschen. Du da oben. Warte, jetzt nehme ich noch hier. Die pinke Rutsche. Wie steht denn jetzt hier? Okay. Oder hat er uns hier geholfen? Nee, der hat uns geholfen tatsächlich. Okay, ich verstehe. Dann machen wir mal hier sowas. Oh. Gefällt mir sehr gut. Hier gibt es jetzt noch ein paar... Wobei, die Rutsche kann ich auch noch mitnehmen. Das nehme ich hier auch noch mit. Sieht auch noch ganz cool aus. Hier haben wir auch noch ein, zwei Rutschen. Und Leute, ihr könnt ja gerne, wenn ihr Roblox suckt, diesen Wasserpark hier mal besuchen. White Water, glaube ich. Also, wie gesagt, White Water Kingdom Roblox hier. You may not make it down. You may crash and sorry. Okay. Ist egal. Leute, das war es hier bei Roblox. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mir hat es auf jeden Fall wieder mal Spaß gemacht. Ist ein ziemlich cooler Wasserpark, muss ich sagen. Auch ein ziemlich großer. Wir gehen jetzt noch ein bisschen schwimmen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei einer neuen Folge hier bei Streamer Apps und Games. Und ihr könnt jetzt gerne abonnieren, kommentieren oder auch die Glocke aktivieren oder auch gerne Instagram abchecken. Karn unterstrich XY. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ich werde noch ein bisschen tauchen. Ciao. Ciao.